So, jetzt glüht die Karte wieder, beim Louboutong. Der Lias macht hier schon seine Weihnachtseinkäufe. Okay. Schau mal, ob die Karte was hergibt. Du siehst, es wird alles richtig angezeigt. Kannst du die Währung wählen? Genau. Dirham nehmen, Dirham, 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 Dirham. Your Pin, please. Okay, dann lass die Hüte für uns. Aber ich musste halt so viel einkaufen, dass ich mir die Pin merken kann, weißt du? Deshalb ist es wichtig, am ersten Tag gleich richtig glühen zu lassen. Thank you very much. Thank you. Alles durch? Yes, yes. Fünfstellig kriegt man gleich einen Schreck, aber wir sind Dirham, ja. Wollen wir nicht mal Euro. ja, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Wollen wir die Zeit und froh? Wollen wir jetzt? Ciao.